Hallo liebe Radfreunde, wir begrüßen euch zum ersten Teil des Trauradweges. Wir stehen hier direkt an der Trauquelle. Die ist in Südjuhl in der Nähe von Doblach. Die Trau wird gespeist durch Delomitenwasser und wir werden der Trau bis nach Roazien folgen, das sind gute 520 km Wir wünschen euch wie immer viel Spaß bei der Radreise. Wenn ihr wissen wollt, wie wir zur Trauquelle gekommen sind, schaut euch einfach die Videos an, die ich oben in der Box verlinke. Wir sind die Radwegwünsche in Venedig gefahren bisher. Nach 20 Kilometern entlang des Trauradweges sind wir jetzt in Österreich wieder angekommen. Leider konnte ich nicht so viel filmen, weil es die ganze Zeit sehr stark geregnet hat. Wir werden jetzt hier in der Unterkunft schlafen und uns dann noch was zum Abendbrot machen und für euch geht es jetzt direkt weiter mit dem nächsten Tag. Für euch war es nur ein Augenblick, für uns war es eine gehulsame und erholsame Nacht. Wir haben jetzt auf dem Zimmer noch gefrühstückt und jetzt geht es weiter entlang der Trau. Erstmal Richtung Jens, das sind 25 bis 30 Kilometer und das Wetter macht auch heute schon deutlich besser mit. Ja, es ist beruhigt, relativ frisch, es sind gute 9 Grad, aber ja, durchs Fahren wird es sicherlich schon warm. Bis hierhin ein wirklich toller Radweg. Wir rollen hier die ganze Zeit mit 20 bis 30 km h runter. Ja, und das ist auch alles asphaltiert, also von daher top Radweg und auch die Ausstellung ist perfekt vorhanden. Da es die ganze Zeit hier bergab geht, haben wir gerade noch mal angehalten und haben uns zuerst wieder eine Sache angezogen, als durch die Abfahrt wirklich kalt geworden ist. Ja, jetzt so warm eingepackt, kann es weitergehen. Endlich scheint auch die Sonne ein bisschen, dass es wieder wärmer wird. Gefühlt sind wir gerade komplett zum Eistapfen geworden. Die Beine total kalt und schwer deswegen, aber jetzt durch die Sonne wird schon wieder deutlich besser. Nach 29 Kilometern sind wir gerade in Jens eingefahren. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen durch die Stadt fahren. Wir sind jetzt schon durch die Jens durchgefahren. Leider haben wir von der Stadt weniger gesehen, als ich gedacht hätte. Wir fahren weiterhin schön direkt wegen der Trau, die auch schon erstaunlich viel Wasser hat. Unser Ziel für heute ist dann Spital an der Trau. Das sind noch 70 Kilometer und wir hoffen mal, dass das Wetter durchhält. Für den Nachmittag ist ein bisschen Regen angesagt. Aber vielleicht haben wir Glück, das mal drunter und durchwischen. Wir verlassen jetzt das Bundesland Tirol und ab jetzt geht es weiter durch Kärnten. Hier ist unser Tagestier schon mal ausgeschrieben. Es ist schon sehr faszinierend, wie viel Wasser die Trau hier in Obertraubold schon hat. Seitdem wir in Kärnten sind, geht der Radweg auch häufiger mal über solche kleinen Schotterwege. Bis jetzt aber trotzdem mache ich gut zu fahren. Wir haben gerade schon Mittagspause gemacht. Wir hatten eine belegte Brötchen und ein Apfel dazu. Jetzt geht es frisch gestärkt weiter in Richtung Spital. Und laut Wegweiser noch 47 Kilometer. Wir haben jetzt noch 25 Kilometer bis wir ins Spital sind. Eigentlich wäre der Weg gar nicht mehr weit, weil wir wir müssten nur über diese Bergkette und dann wären wir da. Allerdings fahren wir einmal um diesen Berg drum herum. Wir haben die Bergumfahrung jetzt schon fast geschafft und haben jetzt noch 10 Kilometer vor uns. Dann sind wir endlich auf dem Campingplatz. Reicht dann auch nach knapp 110 Kilometern. Wir sind nach 110 Kilometern ins Spital an der Trauer angekommen. Die letzten 10 Kilometer habe ich eher weniger gefilmt, weil hinter uns eine Regenfront angezogen kam und wir geschaut haben, dass wir vor der Regenfront wegkommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind trocken auf den Campingplatz angekommen, konnten das Zelt noch aufbauen und dann hat es angefangen zu regnen. Anschließend haben wir uns erstmal ein bisschen untergestellt, waren Einkäufer. Jetzt haben wir was vergessen und jetzt machen wir uns mit fertig. Das Highlight des Tages. Für mich war das Highlight des Tages die Stadt Jens mit den umgebenen Bergen. Lohnt sich auf jeden Fall auch noch mal dort länger zu bleiben. Dann gucken uns an, Heir und da perturbest du mich. 承 das ziemlich einfache. Selas lips Ist micro Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.